Hallo und herzlich Willkommen zurück beim Harvey's Coup mit einem neuen Spiel. Wir spielen das unglaublich ausgearbeitete Filthy Hands und es... Wir sind alle beschissen aus. Wie sieht ich denn aus? Sie sieht auch voll kacke aus. Aber wo ist denn einer? Fehlt doch noch, oder? Ja, ich fehle. Ich bin nämlich der Einbrecher. Denn, hast du gut angeschnitten, es gibt nämlich hier das Prinzip 3 gegen 1. Die Tastatur! Ihr habt bei euch im Haus, äh, habt ihr einen Safe. Ja. Und ihr seht oben Time Left, da wird gleich ne Zeit ablaufen. Und so lange müsst ihr diesen Safe, äh, halt, äh, beschützen. Vor mir. Ach Tobi, ist so ne Holzstatue. Ja. Hört ihr mir zu, oder was? Entschuldigung, Entschuldigung. Ja man, es ist aber so schön. Boah, der Schatten von Tobi sieht aus wie, ich weiß ich nicht. Nicht, dass er gleich wieder fragt, was er machen muss. Ja, Entschuldigung. Was müssen wir machen? Ja, wir müssen, 5 Minuten müssen wir ihn beschützen. Ja, also ihr habt halt irgendwie... Im Haus habt ihr irgendwie auch Baseballschläger oder so. Ich fang jetzt einfach an, ist die Scheiße geil. Oh shit. Okay, Entschuldigung. Okay, hier ist der Safe. Das ist doof. Boah, aber ganz ehrlich, die Steuerung bei mir ist ne Katastrophe. Ey, das ist einfach drauf gemalt. Die Maussteuerung. Das ist alles noch drauf gemalt, das ist voll süß. An sich der Klerzer ist echt lustig. Ihr werdet euch ja schießen, Leute. Ich bin der Einbrecher, ich komm euch rum in. Oh, du kannst gar nix. Bist du noch, bist du da draußen? Boah, die Steuerung ist ne Katastrophe. Ich bin draußen. Ich werde dich finden. Ihr könnt jetzt noch Waffen suchen, Leute. In 35 Sekunden gar nicht rein. Oh, Waffen. Ja, das sollte ich mal... Und denkt dran, ihr müsst den Safe beschützen, ne? Ja, ja. Ich hole grad die Knarre. Kann ich euch irgendwie sehen? Du holst hier sicherlich ne Knarre. Hä? Die Tür kann ich zumachen, aber nicht die Safe-Tür. Ich hab ne AK-47. Ja. Cool. Waffenschrank, das ist ja nice. Okay. Ja, Curry, dann komm mal ran. Ja, klar. Ihr wisst gar nicht, wo ich reinkomme. Wart mal ab, Kelly. Ich pass mal auf, Leute. Pass mal auf. Gucken, ob ihr gleich auch ready seid, wenn ich komme, Leute. Eins und... Och, nein. Was passiert denn jetzt? Der Curry hat das Spiel bestimmt schon geübt. Ne, hab ich nicht. Ihr könnt, glaub ich, nicht raus. Hey. Jo, Gökhan, was geht? Tobi macht keinen Scheiß. Geh von dir Haus weg. Geh von dir Haus weg? Ach, der wollte hier unten bei mir rein, ne? Vorsicht. Echt? Wollte ich das, Tobi? Wo denn unten? Ja. Was ist da los? Oh, Tobi, jetzt von innen. Ah! Ich kann leider nichts machen. Oh mein Gott! Ah, schade. Du Drecksau, du. Curry, du bist so ein mieses Schwein. Er ist draußen von der Tür. Warum lauft ihr denn außen rum, Leute? Was ist los? Ja, weil ich auf die Fresse hauen wollte. Wegen letzter Folge. Ein drückiger Wichser. Du Chubby Chipmann. Ey, das sagt man nicht. Das Ding ist, haben wir überhaupt was, um uns zu verteidigen? Ja. Ja, das kann ich finden. Erik hatte ne Pfanne in der Hand zum Beispiel. Ja. Die wollte ich hier grad richtig ins Gesicht zwiebeln, aber... Man soll einen bewaschen. Ja, ist aber nichts geworden. Vier Minuten noch, Leute. Ja, Curry, was ist denn hier? Wo bist du? Wo ist denn der Safe? Können wir dir mal sagen, wo der Safe ist? Okay, tot geht... Ah ja, hier, jetzt. Nein. Curry, bist du das grad, der ohne Taschenlampe rumläuft? Hörst du mal auf? Ja, ich frag nur. Ich sag ja nicht wo. Ja, bin ich. Hey, wer bist du? Okay, das heißt, ich kann jetzt auch sagen, wo du bist. Hör auf! Das ist ja sinnvoll. Wer bist du? Oh! Ich bin's. Oh, Entschuldigung. Nein, das war der Einbrecher-Pass. Hier weiß ich doch nicht. Mann! Ah! 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 Ich seh gar nichts. Bist du grad ins Dynamit gelaufen? Nein. Nice. Sag mal ganz kurz, was ist denn das hier rechts auf der... Ganz kurz, Curry, drehe ich mal um. Da stand ne Anleitung. Oh. Hey. Was ist da los? Was denn? Hier ist ne Anleitung. Was ist das? My socks are crisp. I'm batshit crazy. Hahaha. The I work at... Achso. Komm doch, Tobi. Komm. Ne, ne. Lass mal. Hey. Also die Steuerung ist bei euch genauso gut, ne? Ich seh das gerade. Ja. Sag mal. Okay. Part, ich komm nichts holen. Tobi hat dich allein gelassen. Boah! Alter! Alter! Ah! Hilfe! Ich seh gar nichts mehr. Ich seh nichts mehr. Hilfe! Was passiert denn hier? Aua! Alter! Wollt ihr mich verarschen? Aua! Er macht sie nicht mehr. Er macht sie nicht mehr. Ich will hier raus. Ich will hier raus. Hört auf! Lass mich in Ruhe. Aua! Ey hört doch mal auf. Aua! 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 Ich seh gar nichts. Hä? Ich weiß es nicht. Tobi, jetzt komm ich nicht holen. Du bist der letzte unserer Familie. Tobi, wir glauben an dich. Zwei Minuten noch, Tobi. Das Problem ist, ich kann hier nichts benutzen. Ich kann überall E drücken, aber es passiert nichts. Ja, was ist denn das Problem, Tobi? Ne, die Tür kannst du nicht wieder zumachen, glaub ich. Konnt' ich auch nicht. Tobi! Na? Ich seh dich. Ready or not, here I come. I'm gonna find you. Ist das ein dummes Spiel? Alter, wie der Tobi einfach überall so Dynamit rumgeworfen hat. So ein Pisskopf. Pisskopf? Ein Pisskopf. Tobi. Was ist das denn da hinten? Tobi. 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 Tobi, beschützt dein Safe. Oh Gott. Tobi, kannst du dich nicht wehren? Das ist gemein. Wo ist denn der Safe? 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 Ahhhh. Ahhhh. Das Ding ist, man findet nichts, um sich zu wehren. Hey doch, der Erik hatte ne Pfanne. Das ist echt sau wenig. Das hat ja ja keinen Schaden gemacht. Ich hab den Safe. Ich klau den Safe, Mann. Und jetzt trägt er den einfach so raus, weißt du? Holla, tschüss. Lalalala. Hä? Hä? Weißt du, drei Morde begangen und so. Yeah, you, yeah. Was für ein Schein. Ey, komm, Leute, bitte. Komm, möchtest du jemand anderes jetzt sein? Die Spiele werden immer besser. Jetzt muss jemand anderes, glaube ich, aufmachen. Ich kotze gleich. Hey, warum sind wir denn jetzt wieder am Hauptmenü? Ihr müsst jetzt einen, glaube ich, aufmachen. Jemand anderes, der jetzt Einbrecher sein will. Komm, auf geht's. Ich will nicht, meine Steuerung ist echt scheiße. Jemand muss hosten. Ja, komm mal, let's go. Wart wer? Oh, warte mal, ich mach mal die Video-Settings auf. Wir sehen einfach aus. Wie die von, von Dings. Ach, scheiße, ich kenn den Namen nicht mehr. Ach komm, ich mach mal, ich mach mal. Hier, Hostel. Oh, ich will auf Potato spielen. Ich will, ich spiel mal auf Potato. Hä? Was? Die Video-Einstellung auf Potato mach ich. Mal gucken, was passiert. Warte, ich mach grad, so. Jetzt ist ja... Ich hab... Schon ready? Ja. Sicher? Ja. Okay. Okay. Play Family. Havesco. 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 Wir sind übrigens der einzige Server. Hä? Das ist egal. Niemand spielt das. Ey, das Spiel ist voll im Hype. Das ist neuer Fortnite. Ey, wer bist du? So. So. So, wir schreiben, wenn ihr alle da seid. Das passiert bei mir. Bei mir noch nicht. Bei mir ist noch Loading. Alter, das ist ja so. Oh Gott. Oh Gott, auf Potato. Oh Gott. Ja. Die Steuerung ist immer noch scheiße. Okay, ich bin ready. Alter, der Curry sieht aus wie Curry. Ey, auf Potato sieht das alles hässlich aus. Oh Gott. Ey, was bist du denn? Ich bin auch Potato. Okay, ich zähl runter. Drei, zwei, eins. Schnell, 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 schnell. Wo ist der Safe? Kann ich den Safe eigentlich mitnehmen? Oh, Alter, die Steuerung ist bei mir so verbuggt einfach. Okay, wenn ich das mal gewusst hätte vorher. Ja, du musst nur sagen, wo du den Safe hinlegst, damit wir auch Bescheid wissen, Tobi. So, wir müssen jetzt schnell machen. Kot. Wie kann ich den wieder hinschmeißen? Na, Doorlock. Ich weiß es nicht, Tobi. Das ist jetzt doof, ne? Hä? Ich hab den Chat offen ge... Hallo. Was das dat? Ah, okay. Hier ist ne Pfanne. Wo seid ihr denn? Wie, wie habt ihr das gemacht? Warte mal, Curry, wie komm ich denn ins Haus? Wie, wo seid ihr denn? Ja, nachdem die Zeit abgelaufen ist erst mal. Ach so. Ich dachte, ich muss da auch noch einen Weg gehen. Hey, hey, hey. Ja? Hey, komm mal mit. Warte kurz, warte kurz, warte kurz. Wer ist denn jetzt Einbrecher? Ich. Ja, Pan, Pan. Ach so. Ja. Ich hab irgendwelche Bretter, aber ich weiß nicht, was ich machen kann damit. Ja, die hatte ich vorhin auch, aber da konnte man nichts machen. Was ist das denn für eine rechte Maustaste Aktion? Vielleicht kann man damit irgendwie Türen... Ich, ich geh wieder, okay. Oh, Vorsicht. Scheiße, jetzt kommt sie. Vorsicht. Es geht los. Ah! Hä? Was war das? Da ist sie. Was war das denn? Ist nichts zum, wo ich mitnehmen kann. Ich hasse das. Ey, Pan. Ja? Spießkacke. Boah. Oh Gott. Mega, schön schocken. Oh Gott, was ist hier los? Ganz schön schocken. Ah! 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 Wäääääääääääh? Das ist ja voll doof. Mann, ey. Okay, warte ich. Ich kann, ich kann... Man kann Türen damit kaputt machen, Tobi. Häääääääääääääh. Treff dich mal laut! Äääääh? Ich kann gar nichts mehr machen. Ich ziehe einfach gar nichts mehr. Ich... Ja, du musst zielen, Pan, mit rechte Maustaste, ne? Curry, ich weiß. Aber ich seh nicht, wie soll ich sie zielen? Soll ich einfach so schnell? Erik, Erik, ich glaub wir können, wir müssen nur Zeit schinden, Erik. Wir können die, glaub ich, nicht killen. Ach so! Ja. Boah, ist das furchtbar. Ja, ja, deswegen hab ich das ja gemacht. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Aber lass, lass mal, lass mal hier ein bisschen Auswahlmöglichkeit. Das Problem ist, die kann uns nur killen. Ah! Wir, die nicht. Komm zurück. Hey, Tobi! Ey, ich bin safe gerügt. Alter, diese Steuerung ist so eine Gurke. Scheiße, Tobi komm. Erik, geh doch nicht auf sie drauf. Ja, ich kann nichts anderes machen. Boah, bin ich zu hässlich. Doch, lauf zurück. Was soll denn hier heißen? Sollst sie ja nicht angreifen. Ich will hier auch gar nicht angreifen. Ich kann nichts mehr machen, ey. Das ist ja kacke. Hast du keine Muni mehr? Oh, sie hat keine Muni mehr. Hau drauf da, hau drauf da. Sie ist genau hinter mir. Das bringt doch gar nichts. Das bringt gar nichts mehr. Du hässliche Scheißschrulle, ey. Geh weg! Hä? Boah, das ist doch mein Großname für dich. Ne, ich bin viel zu hässlich hier. Ich bin echt viel zu hässlich. Ah, da ist sie. Pan, hier ne Garage ist Munition. Du darfst sie dir holen, komm. Nein, ihr könnt mich mal. Ich geh, äh, ja. Ey, warum bist du so unfreundlich? Au! Oh! Panda war Dynamit. Ja. Ich find's realistisch, dass sie als zehnmal in die Luft gesprengt wird und noch weiterläuft. Au! Ey, man riechen und boin. Ey, man riechen und boin. Hey, oh, Manfred, was geht? Immer so ein Manfred, kurz durchs Bild kommt. The Monfred. Okay. Pan, wo bist du denn? Es gibt viel zu wenig Waffen, ne? Weg! Ja, die brauchen wir halt auch nicht. Darum geht's ja gar nicht. Pan, du musst uns fangen, nicht umgekehrt. Pan bleibt verstehen. Es geht nur darum, Zeit zu schinden, quasi. Ja, aber wir brauchen noch Waffen, um Zeit zu schinden, um sie aufzuhalten. Nein, nein, nein. Guck mal hier, was wir mit der Tür zum Beispiel gemacht haben. Guck mal, was meinst du, was da drin ist? Ja, hi. Ist nicht so gut gelaufen hier, ne? Hey, was machst du denn da, Pan? Ich weiß es nicht. Wir sind scheiße. Das ist wie du. Die Tür kann man gar nicht schließen. Ja, geil. Ich kann dir nicht schlafen. Au! Raus! Raus! Oh, es ist so lauuut! Wir hässeln und der Curry einfach reißen. Boah, Erik, alter Igitt! Oh Gott, auf Potato sieht die alle so hässlich aus. Hey, Tobi! Wie doof ist das denn? Ich kann hier so gar nichts machen jetzt. Ich kann, wenn ihr da steht... Ja, hey, du kannst natürlich Munition holen, Pan. Wie, wo soll ich mir hier Munition holen hier in den Raum? In der Garage ist Munition. Ich kann hier nicht raus, wenn ihr da steht, das mein ich. Das ist richtig. Das ist voll die Kacke. Nein, ich stehe da Tür. Ey, du kannst doch hier runterspringen einfach, hä? Nein, mach ich. Das ging nicht. Doch, du kannst dich doch ducken. Ich bin doch grad auch hier runtergesprungen. Hä? Das... Ich war schon. Ist die Polizei schon da gleich? Wo, wo denn bitte runterspringen, Curry? Wo denn bitte runterspringen? Ja, von dem Balkon! Ja, zeig mir das einfach. Da steht Tobi in der Tür. Ja. Dann... Ey, Erik, lass mich doch mal rein hier. Ja, bitte komm noch rein. Ja, bitte komm noch rein. Das geht doch nicht. Doch, du springst da drauf und dann drückst du... Crouchen. Hä, Pan, hier. Guck mal. Ja. Oh ja, hat gesagt, das geht wirklich. So... Ich komm noch nicht drauf. Ja, ich auch nicht. Einfach Crouchjump. Einfach Crouchjump. Ja, das... Das weiß man ja. Das weiß man ja einfach so. Leg mich, ey. Okay, das ist echt furchtbar. Oh, die geht. Die geht. Warte mal. Ey, das ist viel besser. Ja, Pan, ciao. Oh, sie holt sich Munition. Sie holt sich Munition. Eine Minute hat sie noch. Hä? Oh, das Tobi, lass mich hier gucken. Du musst es gedrückt halten, Pan. Ja, genau. Hat sie den erschossen? Mir helfen wir halt noch. Und jetzt sowas. Bist du tot? Nee. Ey. Pan. Oh Gott. Hä? Das ist doch das Kackspiel. Wie kacke ist das Spiel? Das ist so kacke, ey. Oh nein, Curry ist tot. Nein. Ey. Nein, hör mal auf. Hä? Was ist das denn für Kack? Alter, in dem einen Dings liegt eine Granate auf dem Bett. Von was? Nee, das ist ein Weihnachtsgugel, stimmt. Oh Gott. Voll geil. Oh Gott, da liegen zwei Leichen. Wie kann ich denn den Erik zuschauen? Rum, bum, bum. Du musst lang genug durch die Kameras klicken. Wer ist ein Geräusch? Ist das der Erik? Ja. Mann, der Save ist oben. Ja, da war ich ja grad schon... Ach komm, das ist... Ja, das Spiel ist geil, ja. Ja, ich find für eine Folge ist das okay. Ja, ich find für eine Folge ist das scheiß Save. Hä? 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 Hauptsache, wir liegen da post, weißt du? Das ist voll scheiße, Alter. Das ist voll scheiße, Alter. Das ist voll scheiße, Alter. Das ist ein Kackspiel. Family Wins, weißt du? Das ist nur ein Kackspiel, weißt du? Hä? Ich find das gar nicht mal so schlecht. Was? Das ist voll scheiße. Was? Hä? Ich find das für eine Folge find ich das okay. Alter, die Charaktere sind zu ugly. Wir haben dafür vier Euro bezahlt, also. Family Wins, halt. Save ist doch da. Familie tot, Save ist doch. Ja, dann geh doch raus, dann spieg ich alleine. So, wer will jetzt? Ich will den mehr einfach. Ja, Erik. Boah, wie ich überhaupt nicht will, also. Erik, mach auf Play jetzt. Komm, mach jetzt doch mal. Ich mach weg von Potato. Mein Gott, Erik, Alter. Ich mach ne Videoreviews zu dem Game. Vielleicht hat das so ne mysteriöse Hintergrundstory im VA. Also, ich find's lustig. Curry hat das ein Kollege von dir gemacht. Ist es das? Nee, ich hab das gemacht. Oh, Curry. Ja, dann find ich's erst recht scheiße. Halt die Fresse! Ich hoffe, du stirbst zuerst. Muss ich Private machen, oder? Ja, ist egal. Mach einfach. Das mach ich nicht Private. Da joint eh keiner nach. Ich hab auch nicht Private gemacht. Können wir? Ja, warte, warte. Loading, loading. Ja, drück nix, drück nix. Nix? Nix. Nix. Einer von tausend Surfern? Nix. Nix. Du, ja, du, fels. Du, warte! Entschuldigung, das ist voll gemein. Ich weiß nur das. War ich das schon, hä? Power and Home war das? Power and Home? Hast du die Map geändert? Ja, ich hab die Map geändert. Für die unglaubliche Abwechslung in diesem Video. Was ist das Paaren? Keine Ahnung. Oh, okay. Warte, ich bin noch nicht bereit. Was, One X? Achso, Alter. Jetzt kann ich. Der ist einfach am Ende. Hä? Wo seid denn ihr? Hä? Was ist denn hier das Haus? Ist das hier das Haus? Hä? Hä? Was ist das denn hier, Alter? Wo leben wir? Jetzt halt hinten! Geh weg! Geh weg! Wo ist das schlimm, ey? Hä? Was ist das? He? Hey, was ist da hinten los? Hä? Wahi. Guck mal her, Tobi, dein Vater! Der sieht besser aus als die Spielcharaktere. Wo ist denn hier, Dynami-Hüter? Aber wie komm ich denn rein, wenn alle die halt abgeschlossen sind? Nach 15 Sekunden, Erik. Ach so, ah. Ja, ich hab das ja auch noch nicht gecheckt. Ich check ja heute gar nichts mehr. Leg mal irgendwo das Dynamit hin. Heute die letzte Session von der Vorproduktion Deutsch. Alter, da hat jemand einen Baseballschläger. Ja, Mann. Die letzte Session der Vorproduktion. Wir sind einfach so durch, alle. Leg das Dynamit, sofort. Oh mein Schwanz, das ist hart wie mein Basie. Hä? Was? Wie legt man das Dynamit denn, Leute? Ah. Oh, ist doch gemein. Ich hab mal getarnt. Hä? Vorsicht. Mann, Vorsicht. Boah, was? Hä? So, du Arschloch. Hier. Äh, wieso? Hä? Sehr schön. Vorsicht. Warte mal. Boah, Alter, warum beruht sich das hier wieder mal hier? Pahn, sieh mal nicht. Guck mal, komm mal zurück nochmal. Ich hab dich gar nicht mehr. Hä? Aber... Ich mein, durch die Treppe. Warte doch mal. Ich kann gar nicht zurück, weil er da ist. Curry. Junge. Ach so. Ach so. Junge, Junge. Mach mal den, mach mal den mit dem Holz. Tobi, bist du tot? Ne, ne, ich lebe noch. Mit dem Holz kannst du Türen verbarrikadieren. Also nicht die Außentüren, sondern die... Das ist ja richtig geil. Oh Gott. Da ist er. Ah. Wer war das zugegangen? Ah. Er ist ja bescheid wie er. Das ist sehr spannend anzusehen. Erik? Ja? Nein. Komm her. Nein. Ich hab den Save an einem sicheren Ort. Nein. Au. Hä? Ich wollte die Tür verbarrikadieren. Das ging mir. Scheiße. Grülkan hat wieder zugeschlagen. Wo ist der Save? Wo ist der Save? Sag mir, wo der Save ist. Da weiß ich auch nicht. Ich will Auge machen auf Inhalt. Du willst Auge machen auf Inhalt? Oh Gott. Läu, warte mal. Was ist Salz auf? Nee, ich dachte schon. Weg. Nein. Dreck. Du Halunke. Tobi, komm her. Guck mal hierhin. Tobi, hinter dir. Guck mal, das Bild. Das Bild an der Wand. Wie passt das dir rum? Zeichne mal, Armand. Mach die Taschlepp aus. Guck mal, ob ich die beiden erschweren kann. Ja, natürlich. Wir haben den sichersten Ort. Boah Junge, was hast du für ein Buckel, Alter. Was ist denn das? Boah, Alter, diese Steuerung. Kann man den Save mitnehmen und irgendwo verstecken eigentlich? Nee. Doch, kann man. Ja, das ist scheiße, wenn ihr jetzt ein super Versteck habt. Nein, wir haben keinen super Versteck. Warte, Erik, warte. Warte, warte. Wo ist sie überhaupt? Hast du noch Munition, Erik? Ja, ich habe mir eine neue geholt. Echt? Echt? Oh. Ah Gott, oh Gott, oh Gott. Ey, Curry, hast du den Save mitgenommen? Nein, habe ich nicht. Der ist weg. Ah, der schießt auf... Tobi, du musst da schnell hin. Hast du den doch mitgenommen? Nein, habe ich nicht. Curry? Hä? Der muss da... Warum sind die Überlebenscharakterer da, die Survivor so scheiße aussehen? Der Erik nicht? Der muss da liegen, Erik, eigentlich der Save. Der muss hier immer auf den Boden liegen. Nee, da ist nix. Ich habe da schon geguckt, da ist nix. Hä? Hinter dir. Hinter dir. Oh. Oh. Hä? Das ist bescheuert. Hast du noch... Komm, erschieß ihn, schieß ihn weg. Hä, halt's Maul. Hey, Tobi, du kannst dem Erik doch auch mal was gönnen. Liegt der hier wirklich nicht? Du hast ihn bestimmt irgendwo anders hingepackt und verarscht mich. Nein! Ohne Scheiß, ich hatte den dabei. Nö, da ist nix. Oder der... Tobi, liegt der irgendwo bei dir? Pssst. Oh, Alter. Pssst. Voll übertrieben alles. Omega Lul. Omega Lul. Ich sehe halt nix. Ich sehe nix. Sag mir nicht, dass der da liegt, Tobi. Oder hast du den? Ich hab den nicht. Ich hab den jetzt noch nicht einmal gesehen hier. Ich weiß, wo der ist. Geh mal da, wo die Leichen sind, Erik. Da müsste der vielleicht sein. Ich wünsche dir alle Räume abgegangen. Könnte helfen, aber ich weiß nicht, ob ihr irgendwelche Spielchen... Warte mal. Bei den Leichen. Ja, kann sein, dass die Spielchen sind. Ich weiß nicht. Nein, wirklich nicht. Sind wirklich keine Spielchen. Ohne Scheiß. Bei mir steht gerade aus der Sicht von Tobi holding safe. Was? Ich hab ihn aber nicht. Aber der Tobi hält wohl den safe. Hi. Der kackt. Oh, das gibt's doch nicht. Bei mir hält der Tobi nicht in safe. Ich hab den noch nicht. Ich hab den... Also ich hab vorhin... Oder ist das die Sicht vom Erik? Komm, schieß den weg, Erik. Komm, schieß den weg jetzt. Das ist ja voll strange alles. Hast du den safe? Ach, das gibt's nicht. Erik, hast du den safe? Ich hab den safe nicht. Nein, ich hab ihn nur nicht einmal gesehen. Steht das links bei dir auch nicht irgendwie? Also bei mir steht das hier links. Holding safe. Und ich sehe gerade jemanden, der auf dem Klavier guckt. Ja, das bin ich. Aber ich hol den auch den safe. Ich hol den safe. Alter, diese Maus. Diese verdammte Maussteuerung. Bis sie mich einmal umgedreht haben, vergeht ein halbes Jahr. Wir sind gleich erlöst. Das ist jetzt nicht unser bestes Spiel. Family Wins! Hä? Die Family ist tot! So sehen Sieger aus! Schadalalala! Family Wins! Es ist so warm, ey. Das ist so scheiße. Aber ich will malen, ey. Aber guck mal, ganz ehrlich. Es ist doch auch voll lustig gewesen. Also es ist gleich scheiße. Aber gerade das ist ja lustig gewesen. Es ist schön, wenn man weiß, dass es bald vorbei ist. Ja. Vorfreude ist die beste. Das ist wie Achterbahn fahren. Und ihr wolltet kein Fashing Light spielen, weißt du? Es ist wie Achterbahn fahren. Das wäre auch scheiße. Das wäre auch scheiße. Man sitzt drin und es wird einem schlecht, aber man weiß, dass es vorbei ist. Ja, das war halt auch scheiße. Pan, was Pan so vorsteht, ist halt immer Scheiße. Pan ist halt die Frau hier in der Runde, deswegen ist das scheiße. So, dann mal tschüss und bis zum nächsten Mal. Ja, das war ein Traum. Alter 4, ich bin raus. Geiles Game. Nächste Folge Clean Hands, der Nachfolger. Viel Schmarrn, ja, ja. Kann ich das heute geben? Weiter. Tschüss.